Nicht nur im Kreis laufen, Diagonal. Sorry. Ich kann wieder in die Hände. Gehen, weitermachen. So. Abfesteln. Ball zurück. Nochmal. Was fällt euch auf? Nochmal werfen. Nochmal. Du gehst. Das ist der Pass von oben. Das ist der Pass von oben. Dann legen wir los. Und rüber geht's. Weiter, weiter, weiter. Ohne Pause. Zweie Kontakte. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja. Aus von Weiß. Und dann geht's da weiter. Ich in meiner U7, wenn ich das mit dem Spiel oder dem Top-Talent, den ich schaffe, 50, 60 Kontakte. So dass vier Spieler sich totlaufen. Das war richtig einfach. Alle vier. Sie müssen alle vier kompakt arbeiten. Jawohl. Bitte, bitte, bitte. Cool. Danke. Komm, 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 komm. Geh drauf, geh drauf, geh drauf. Geh drauf, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Ich hoffe, dass wir uns nicht verletzt und dass wir gemeinsam weiter in den Platz haben. Dankeschön. Applaus